Was ich von Tempo Dressig halte. Nicht arg wie viel so ein Luftballon aushaltet. Preistar. Na gut dann wird er halt so klein jetzt hergerichtet. Na das geht schon. Scheiße der wehrt sie. Was ich von Tempo Dressig halte. Nichts ahnend läuft da rein ins Messer. Schleicht. Vor Kindergärten und Schulen ist das natürlich ausgenommen. Da haben wir Verständnis für Tempo Dressig sonst allerdings nicht.